Politische Übersicht Lasst uns Handel treiben. Was darf ich für euch tun? Wo winken die Profite? Ich kehre gern zurück, Majestät. Die Adeligen hier sind echte Bauern. Planen wir unsere Strategie. Die Meinung unserer Kaufleute hat gelitten. Der Feind hat unsere Siedlung geplündert. Eine unserer Burgen wird von Rebellen belagert. Ihre Herrschaften werden mich anbeten. Heute werden die Geschäfte laufen. Die Meinung unserer Kaufleute hat sich verschlechtert. Herr, wir haben keine königliche Errungenschaft mehr. Herr, wir haben eine königliche Errungenschaft erlangt. Wir haben alle königlichen Errungenschaften erreicht. Ich habe nach meiner Ankunft bereits mit dem König gesprochen. Lasst uns Handel treiben. Eine unserer Siedlungen wurde geplündert. Wir finden eine Lösung. Mit jeder gelesenen Seite werde ich besser. Das wird noch nützlich sein. Dieses Rebellenpakt plündert uns aus. Herrliche Lektüre. Die Kaufleute im Reich rühmen eure Taten, Majestät. Ihr habt das Richtige für mich ausgewählt. Das wäre nicht gerade weise. Die Welt steht euch zur Verfügung. Wir haben die Eindringlinge vertrieben. Die Rebellen in unserem Land wurden besiegt, Herr. Ich werde viele neue Freundschaften schließen. Das Glück belohnt die Mutigen. Sie haben mich nicht eingesperrt, Majestät. Ein guter Anfang. Manchmal ist Diplomatie der beste Weg. Ein fremdes Kalifat hat den Dschihad ausgerufen. Ich tue mein Bestes, das schwöre ich. Wir werden in Colts schwimmen. Politische Übersicht. Neue Geschäfte. Majestät, die königliche Familie. Wen soll ich überzeugen? Jetzt wirke ich überzeugender. Der Feind hat unsere Siedlung geplündert. Majestät, wir haben unsere Kultur in eine neue Provinz getragen. Politische Übersicht. Die Meinung unserer Kaufleute hat sich verbessert. Rebellen haben sich unsere Siedlung unter den Nagel gerissen. Manchmal ist Diplomatie der beste Weg. Wir haben eine diplomatische Botschaft erhalten. Die Kaufleute im Reich rühmen eure Taten, Majestät. Fremde Loyalisten rebellieren. Fremde Loyalisten rebellieren. Die Welt steht euch zur Verfügung. Dieses Rebellenpack plündert uns aus. Der Feind plündert eine unserer Siedlungen. Majestät, ein Teil unserer Provinzen wird derweil nicht regiert. Zu euren Diensten, Majestät. Rebellen haben sich unsere Siedlung unter den Nagel gerissen. Unser Prinz kann jetzt neue Fähigkeiten erlernen. Die Königin hat einen gesunden Prinzen geboren. Unser Diplomat hat unsere Beziehungen verbessert, Majestät. Der Feind hat unsere Siedlung geplündert. Ja, ich lese gern. Unser Diplomat hat die Verbindung zu einem anderen Königreich gestärkt. Dieses Rebellenpack plündert uns aus. Unsere Speer haben ein Söldnerlager entdeckt. Der Feind plündert eine unserer Siedlungen. Unsere Kultur verbreitet sich schnell, Majestät. Man hat uns den Krieg erklärt, Majestät. Rebellen plündern unsere Siedlung, Herr. Eine neue Provinz hat euch ihre Loyalität ausgesprochen, Herr. Majestät, wir haben unsere Kultur in eine neue Provinz getragen. Ich schätze. Herr. Herr. Hier. –ine. Herr. Herr. Ja, mein Herr. Meine Truppen warten. Sollen wir los. Zurück zur Burg. Wir sind unterwegs. Ich verhelfe eurem Namen zu Ruhm, Herr. Mit jeder gelesenen Seite werde ich besser. Morgen werden wir reicher sein. Eine unserer Siedlungen wurde geplündert. Eure Befehle? Rebellen haben sich unsere Siedlung unter den Nagel gerissen. Sofort. Ein Söldnerlager wurde in unserem Land entdeckt. Betrachtet es als erledigt, Majestät. Der Feind plündert eine unserer Siedlungen. Kämpft um den Sieg! Eine andere Armee ist zu uns gestoßen. Dieses Rebellenpakt plündert uns aus. Ja, endlich mal wieder in einem Bett schlafen. Sofort. Wir brauchen mehr Verbündete. Ja. Ich lese gern. Politische Übersicht. Wie lautet euer Befehl? Versperrt die Burg! Sollen wir los? Der Feind hat unsere Siedlung geplündert. Ich bin bereit. Ich gehorche. Ja, mein Herr. Wir sind unterwegs. Was ist euer Wunsch? Ich gehorche. Endlich wieder warmes Essen. Rebellen haben sich unsere Siedlung unter den Nagel gerissen. Majestät, unsere Feinde haben einen neuen Verbündeten. Unser Diplomat hat unsere Beziehungen verbessert. Majestät, eine feindliche Stadt ist ohne Verteidigung. Es wird Zeit zuzuschlagen. Wir müssen uns um die Ausbildung unseres Prinzen kümmern. Eine gute Strategie. Mein Schwert gehört euch, Majestät. Los geht's. Was ist euer Wunsch? Wird gemacht. Ketzerei und Heidentum springen auf einen unserer Nachbarn über. Eine unserer Siedlungen wurde geplündert. Majestät, wir haben Söldnerlager in unseren Landen entdeckt. Die Welt steht euch zur Verfügung. Wie lautet euer Befehl? Bereitet die Belagerungsausrüstung vor! Dieses Rebellenpakt plündert uns aus. Sollen wir los? Unsere Armeen waren in der Schlacht siegreich. Majestät, eine Rebellenarmee wurde besiegt. Wir haben die feindlichen Eindringlinge vertrieben. Majestät, wir haben eine weitere Provinz erobert. Uns hat eine diplomatische Botschaft erreicht. Wir schlagen innerhalb der Mauern unser Lager auf. Ich werde diese Maden zermalmen! Das Glück belohnt die Mutigen. Weitere Truppen sind gekommen, um uns zu helfen. Politische Übersicht Unsere Kaufleute sind zufrieden mit uns, Majestät. Alles lief genau nach Plan. Betrachtet es als erledigt, Majestät. Eine Rebellion fremder Loyalisten bedroht unsere Provinzen. Feindliche Truppen fallen in unseren Landen ein, Herr. Rebellische Diebe belagern uns. Sofort, sofort. Ja, mein Herr. Ich gehorche. Endlich mal wieder in einem Bett schlafen. Die Welt steht euch zur Verfügung. Wir haben die Beziehung zu einem anderen Königreich verbessert. Das wird sich als profitabel erweisen. Ich brauche eine größere Schatzkammer. Die Kaufleute im Reich rühmen eure Taten, Majestät. Die Unruhen in einer unserer Provinzen sind vorbei. Der Feind plündert eine unserer Siedlungen. Kämpft um den Sieg! Eine andere Armee ist zu uns gestoßen. Mehr Menschen folgen jetzt unserer Kultur, Herr. Unsere Armeen sind bereit, eine Stadt anzugreifen. Genug gewartet! Durchbrech die Mauern! Wir waren siegreich, Majestät. Ich kann euch berichten, dass die Rebellen erledigt sind, Majestät. Wir haben eine Siedlung gegen den Feind verteidigt. Unsere Königin hat eine wunderschöne Prinzessin geboren. Die Meinung unserer Bauern hat sich verbessert. Wir haben eine feindliche Armee zermalmt. Wir haben die feindlichen Eindringlinge vertrieben. Majestät, eine Rebellenarmee wurde besiegt. Wir haben die Belagerung unserer Stadt gebrochen. Eine gute Strategie. Unsere Kultur verbreitet sich schnell, Majestät. Sofort, eine gute Strategie. Lass niemanden in die Burg oder aus ihr heraus. Meine Truppen warten. Wir sind unterwegs. Ich gehorche. Wir marschieren los. Wir werden vernichtet. Was ist euer Wunsch? Uns wurde der Krieg erklärt, Herr. Sollen wir los. Zurück zur Burg. Bald sind wir da. Wir marschieren los. Was ist euer Wunsch? Greifen wir von beiden Seiten an, wie ihr wünscht. Sollen wir los? Lasst uns die Vorräte auffüllen und ruhen. Feindliche Truppen haben unsere Grenzen überquert. Ja, die Armee zieht weiter. Endlich wieder warmes Essen. Sofort. Unsere Speer haben ein Söldnerlager entdeckt. Eine gute Strategie. Wie lautet euer Befehl? Der Feind wird stärker, Herr. Weitere Truppen sind gekommen, um uns zu helfen. Majestät, unsere Feinde haben einen neuen Verbündeten. Betrachtet es als erledigt, Majestät. Der Feind wird stärker, Herr. Unsere Wächter haben einen fremden Ritter gefangen genommen. Ich bin bereit. Der Feind brennt eine unserer Siedlungen nieder. Die Bevölkerung rebelliert. Majestät, die gegnerische Armee fliegt. Sollen wir los? Lasst uns die Vorräte auffüllen und ruhen. Wir marschieren los! Feindliche Truppen haben sich dem Gegner angeschlossen. Herr, wir haben feindliche Truppen in euren Landen gesichtet. Wie lautet euer Befehl? Endlich wieder warmes Essen. Ein herrlicher Tag zum Handeln. Sofort. Feindliche Truppen wollen unsere Belagerung brechen. Majestät, unsere Gegner haben Verstärkung erhalten. Schlechte Nachrichten. Sie haben einen unserer Ritter gefangen. Rebellen haben sich unsere Siedlung unter den Nagel gerissen. Der Feind plündert eine unserer Siedlungen. Wird gemacht. Politische Übersicht. Feindliche Truppen fallen in unseren Landen ein, Herr. Der Feind brennt eine unserer Siedlungen nieder. Feindliche Truppen haben sich dem Gegner angeschlossen. Endlich mal wieder in einem Bett schlafen. Der Feind belagert eine unserer Burden. Majestät, unsere Bevölkerung wird aufrührerisch. Herr, wir haben feindliche Truppen in euren Landen gesichtet. Der Feind plündert eine unserer Siedlungen. Der Feind plündert eine unserer Siedlungen. Ein Königreich hat unseren Ritter gehen lassen, Majestät. Er ist zurück am königlichen Hof. Majestät, unsere Gegner haben Verstärkung erhalten. Majestät, wir haben Söldnerlager in unseren Landen entdeckt. Eine fremde Armee hat die Belagerung gebrochen. Der Feind brennt eine unserer Siedlungen nieder. Rebellen plündern unsere Siedlung, Herr. Feindliche Truppen haben unsere Grenzen überquert. Eine unserer Siedlungen wird geplündert. Eine unserer Siedlungen wurde geplündert. Eine Rebellion fremder Loyalisten bedroht unsere Provinzen. Was ist euer Wunsch? Lasst uns die Vorräte auffüllen und ruhen. Feindliche Truppen haben sich dem Gegner angeschlossen. Der Feind brennt eine unserer Siedlungen nieder. Die Meinung unserer Kaufleute hat gelitten. Eine unserer Siedlungen wird geplündert. Majestät, unsere Gegner haben Verstärkung erhalten. Der Feind plündert eine unserer Siedlungen. Dieses Rebellenpakt plündert uns aus. Die Rebellen in unserem Land wurden besiegt, Herr. Feindliche Truppen fallen in unseren Landen ein, Herr. Wie lautet euer Befehl? Wir sind unterwegs. Feindliche Truppen haben sich dem Gegner angeschlossen. Rebellen haben sich unsere Siedlung unter den Nagel gerissen. Eine neue Provinz ist jetzt uns gegenüber loyal. Der Feind plündert eine unserer Siedlungen. Unser Prinz sollte am königlichen Hof eingeführt werden. Majestät, Majestät, unsere Feinde haben einen neuen Verbündeten. Der Feind hat unsere Siedlung geplündert. Feindliche Truppen haben unsere Grenzen überquert. Eine Rebellenarmee hat sich gebildet. Majestät, unsere Gegner haben Verstärkung erhalten. Der Feind plündert eine unserer Siedlungen. Bald sind wir da. Wir schlagen innerhalb der Mauern unser Lager auf. Ich kehre mit leeren Händen zurück. Feindliche Truppen haben sich dem Gegner angeschlossen. Der Feind belagert eine unserer Städte. Eine unserer Siedlungen wird geplündert. Majestät, unsere Gegner haben Verstärkung erhalten. Der Feind brennt eine unserer Siedlungen nieder. Eine andere Armee ist zu uns gestoßen. Feindliche Truppen haben sich dem Gegner angeschlossen. Eine unserer Siedlungen wird geplündert. Wir haben einen fremden Ritter gefangen, Majestät. Herr, wir haben feindliche Truppen in euren Landen gesichtet. Erledigen wir diesen Abschaum. Endlich mal wieder in einem Bett schlafen. Der Feind hat unsere Siedlung geplündert. Unser Diplomat hat unsere Beziehungen verbessert, Majestät. Ich werde diese Maden zermalmen. Weitere Truppen sind gekommen, um uns zu helfen. Zu den Waffen. Eine Burg wird belagert. Majestät, unsere Gegner haben Verstärkung erhalten. Der Feind plündert eine unserer Siedlungen. Feindliche Truppen haben sich dem Gegner angeschlossen. Unsere Armeen waren in der Schlacht siegreich. Wir haben eine Siedlung gegen den Feind verteidigt. Ein fremdes Volk bereitet uns Probleme, Majestät. Feindliche Truppen fallen in unseren Landen ein, Herr. Der Feind plündert eine unserer Siedlungen. Der Feind hat unsere Siedlung geplündert. Dieses Rebellenpakt plündert uns aus. Rebellen haben sich unsere Siedlung unter den Nagel gerissen. Wir waren siegreich, Majestät. Majestät, eine Rebellenarmee wurde besiegt. Herr, wir haben feindliche Truppen in euren Landen gesichtet. Eine unserer Siedlungen wird geplündert. Sofort. Majestät, unsere Gegner haben Verstärkung erhalten. Unser Prinz kann jetzt neue Fähigkeiten erlernen. Eine unserer Siedlungen wurde geplündert. Der Feind brennt eine unserer Siedlungen nieder. Die Welt steht euch zur Verfügung. Der Feind hat unsere Siedlung geplündert. Wir haben eine diplomatische Botschaft erhalten. Wir marschieren los! Dieses Rebellenpakt plündert uns aus. Sofort. Betrachtet es als erledigt, Majestät. Eine unserer Siedlungen wird geplündert. Feindliche Truppen fallen in unseren Landen ein, Herr. Feindliche Truppen haben sich dem Gegner angeschlossen. Eine gute Strategie. Uns hat eine diplomatische Botschaft erreicht. Eine unserer Siedlungen wurde geplündert. Feindliche Truppen haben unsere Grenzen überquert. Majestät, unsere Gegner haben Verstärkung erhalten. Der Feind brennt eine unserer Siedlungen nieder. Der Feind hat unsere Siedlung geplündert. Der Feind plündert eine unserer Siedlungen. Rebellen plündern unsere Siedlung, Herr. Ketzerei und Heidentum springen auf einen unserer Nachbarn über. Majestät, der Dschihad ist vorbei. Der Feind plündert eine unserer Siedlungen. Majestät, unsere Bevölkerung wird aufrührerisch. Dieses Rebellenpakt plündert uns aus. Die Meinung unserer Bauern hat sich erhöht. Der Feind hat unsere Siedlung geplündert. Wir haben eine diplomatische Botschaft erhalten. Eine unserer Siedlungen wird geplündert. Feindliche Truppen haben sich dem Gegner angeschlossen. Der Feind plündert eine unserer Siedlungen. Zu den Waffen. Eine Stadt wird belagert. Eine unserer Siedlungen wurde geplündert. Der Feind plündert eine unserer Siedlungen. Herr, wir haben feindliche Truppen in euren Landen gesichtet. Eine andere Armee ist zu uns gestoßen. Der Feind hat unsere Siedlung geplündert. Majestät, unsere Gegner haben Verstärkung erhalten. Der Feind brennt eine unserer Siedlungen nieder. Rebellen haben sich unsere Siedlung unter den Nagel gerissen. Majestät, Muslime haben den Dschihad ausgerufen. Eine unserer Siedlungen wurde geplündert. Diese Feiglinge fliehen vom Schlachtfeld. Ketzerei und Heidentum springen auf einen unserer Nachbarn über. Feindliche Truppen haben unsere Grenzen überquert. Der Feind belagert eine unserer Burgen. Wir haben unsere Kaufleute verärgert, Majestät. Der Feind plündert eine unserer Siedlungen. Unser Diplomat hat die Verbindung zu einem anderen Königreich gestärkt. Unsere Armeen haben gesiegt und die Schlachtfelder verlassen. Wir haben unsere Bauern verärgert, Majestät. Der Feind hat unsere Siedlung geplündert. Feindliche Truppen haben sich dem Gegner angeschlossen. Dieses Rebellenpakt plündert uns aus. Eine unserer Siedlungen wurde geplündert. Der Feind hat unsere Siedlung geplündert. Majestät, unser Prinz ist bereit, dem königlichen Hof beizutreten. Eine unserer Siedlungen wurde geplündert. Ich bin bereit. Wie lautet euer Befehl? Mein Herr. Rebellen plündern unsere Siedlung, Herr. Eure Befehle. Feindliche Truppen fallen in unseren Landen ein, Herr. Der Feind plündert eine unserer Siedlungen. Majestät, unsere Gegner haben Verstärkung erhalten. Die feindlichen Truppen haben die Belagerung aufgegeben. Unsere Stadt ist sicher. Die Meinung unserer Bauern hat sich verschlechtert. Eine unserer Siedlungen wurde geplündert. Ja, mein Herr. Für die Krone. Einer unserer Burgen wird belagert. Der Feind plündert eine unserer Siedlungen. Politische Übersicht. Majestät, einer unserer Gefangenen wurde aus seinem Königreich verbannt. Ein Königreich hat sich von einem unserer Gefangenen losgesagt. Eine unserer Städte wird belagert. Feindliche Truppen haben sich dem Gegner angeschlossen. Eine unserer Siedlungen wurde geplündert. Sofort. Sofort. Rebellen haben sich unsere Siedlung unter den Nagel gerissen. Eine unserer Siedlungen wird geplündert. Der Feind wird fallen. Das schwöre ich. Der Feind plündert eine unserer Siedlungen. Ich kann euch berichten, dass die Rebellen erledigt sind, Majestät. Unsere Stadt ist sicher, Herr. Unsere Feinde haben die Belagerung aufgegeben. Betrachtet es als erledigt, Majestät. Der Feind brennt eine unserer Siedlungen nieder. Unsere Armeen waren in der Schlacht siegreich. Majestät, eine Rebellenarmee wurde besiegt. Die Welt steht euch zur Verfügung. Eine Rebellenarmee hat sich gebildet. Uns hat eine diplomatische Botschaft erreicht. Rebellen belagern unsere Stadt, Herr. Unsere Kaufleute sind zufrieden mit uns, Majestät. Eine gute Strategie. Sofort. Herr, wir haben feindliche Truppen in euren Landen gesichtet. Der gegenwärtige Dschihad wurde beendet. Der Feind hat unsere Siedlung geplündert. Eure Befehle? Rebellen plündern unsere Siedlung, Herr. Rebellen haben sich unsere Siedlung unter den Nagel gerissen. Feindliche Truppen fallen in unseren Landen ein, Herr. Eine gute Strategie. Eine unserer Siedlungen wurde geplündert. Ketzerei und Heidentum breiten sich bei uns aus. Eine der Provinzen hat eine fremde Religion angenommen. Eine neue Provinz hat euch ihre Loyalität ausgesprochen, Herr. Der Feind hat unsere Siedlung geplündert. Feindliche Truppen haben unsere Grenzen überquert. Eine unserer Siedlungen wird geplündert. Die Bauern sind begeistert von unseren Taten, Majestät. Die Rebellen in unserem Land wurden besiegt, Herr. Wir haben eine unserer Städte erfolgreich verteidigt. Der König ist tot. Lang lebe sein Nachfolger. Die Meinung unseres Adels hat sich verschlechtert. Ein fremdes Kalifat hat den Dschihad ausgerufen. Wir werden eine größere Schatzkammer brauchen. Wer wäre nicht gerne Millionär? Eine weise Investition. Politische Übersicht. Ja, mein Herr. Unser Diplomat hat unsere Beziehungen verbessert, Majestät. Majestät, unsere Gegner haben Verstärkung erhalten. Majestät, unsere Bevölkerung wird aufrührerisch. Der Feind plündert eine unserer Siedlungen. Der Feind plündert eine unserer Siedlungen. Eine Rebellenarmee belagert eine unserer Städte. Feindliche Truppen haben sich dem Gegner angeschlossen. Wir müssten bald die Küste erreichen. Wir schlagen innerhalb der Mauern unser Lager auf. Herr, wir haben feindliche Truppen in euren Landen gesichtet. Rebellen plündern unsere Siedlung, Herr. Majestät, unsere Gegner haben Verstärkung erhalten. Der Feind brennt eine unserer Siedlungen nieder. Sofort. Was ist euer Wunsch? Weitere Truppen sind gekommen, um uns zu helfen. Die Meinung unserer Kaufleute hat sich verschlechtert. Eine unserer Siedlungen wurde geplündert. Wir haben die Eindringlinge vertrieben. Wie lautet euer Befehl? Meine Truppen warten. Feindliche Truppen haben sich dem Gegner angeschlossen. Ja. Kämpft um den Sieg! Sollen wir los. Lasst uns die Vorräte auffüllen und ruhen. Der Feind plündert eine unserer Siedlungen. Für die Ehre! Angriff! 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 Der Adel sieht uns in besserem Licht. Eine andere Armee ist zu uns gestoßen. Ich kann euch berichten, dass die Rebellen erledigt sind. Majestät, wir haben die Eindringlinge vertrieben. Wir haben eine feindliche Armee zermalmt. Mein Herr, wir haben einen fremden Ritter ins Verlies geworfen. Wir haben die feindlichen Eindringlinge vertrieben. Wir haben die Beziehung zu einem anderen Königreich verbessert. Ein Spion in unserem Königreich wurde gefangen genommen. Fremde Loyalisten rebellieren. Die Meinung unserer Bauern hat sich verbessert. Wir haben eine diplomatische Botschaft erhalten. Rebellen belagern unsere Stadt, Herr. Dieses Rebellenpakt plündert uns aus. Feindliche Truppen haben unsere Grenzen überquert. Nur Mut! Angriff! Bald sind wir da! Betrachtet es als erledigt, Majestät. Wir haben einen fremden Ritter gefangen, Majestät. Wie lautet euer Befehl? Endlich mal wieder in einem Bett schlafen. Der Feind plündert eine unserer Siedlungen. Sofort! Uns hat eine diplomatische Botschaft erreicht. Eine gute Strategie. Weitere Truppen sind gekommen, um uns zu helfen. Der Feind hat unsere Siedlung geplündert. Ich werde diese Maden zermalmen. Kämpft um den Sieg! Ich werde diese Maden zermalmen! Nur Mut! Angriff! Betrachtet es als erledigt, Majestät. Rebellen plündern unsere Siedlung, Herr. Eine andere Armee ist zu uns gestoßen. Eine unserer Siedlungen wird geplündert. Majestät! Unsere Gegner haben Verstärkung erhalten. Mein Herr, wir haben einen fremden Ritter ins Verlies geworfen. Sofort! Sofort! Zurück zur Burg! Wir haben eine diplomatische Botschaft erhalten. Die Rebellen in unserem Land wurden besiegt. Herr, wir haben die Belagerung unserer Stadt gebrochen. Der Feind plündert eine unserer Siedlungen. Uns hat eine diplomatische Botschaft erreicht. Diese Hasenfüße laufen davon. Ich gehorche. Wir schlagen innerhalb der Mauern unser Lager auf. Wenn ihr darauf besteht. Sie rennen wie die Hasen. Was ist euer Wunsch? Die Meinung unserer Bauern ist etwas schlechter. Der Feind hat unsere Siedlung geplündert. Weitere Truppen sind gekommen, um uns zu helfen. Herr, wir haben feindliche Truppen in euren Landen gesichtet. Sofort! Eure Befehle zurück zur Burg. Für die Ehre! Angriff! Feindliche Truppen haben sich dem Gegner angeschlossen. Mein Herr! Sollen wir los? Betrachtet es als erledigt, Majestät. Unsere Wächter wurden ausgetrickst. Gefangene konnten fliehen. Kämpft um den Sieg! Mein Schwert gehört euch, Majestät. Rebellen haben sich unsere Siedlung unter den Nagel gerissen. Wir haben eine diplomatische Botschaft erhalten. Majestät, eine Rebellenarmee wurde besiegt. Wir haben eine Siedlung gegen den Feind verteidigt. Wir haben einen fremden Ritter gefangen, Majestät. Ach, endlich mal wieder in einem Bett schlafen. Eine Rebellion fremder Loyalisten bedroht unsere Provinzen. Eine neue Provinz ist jetzt uns gegenüber loyal. Eine Rebellenarmee belagert eine unserer Städte. Majestät, unsere Bevölkerung wird aufrührerisch. Rebellische Diebe belagern uns. Der Feind plündert eine unserer Siedlungen. Unser Diplomat hat die Verbindung zu einem anderen Königreich gestärkt. Majestät, wir haben unsere Kultur in eine neue Provinz getragen. Eine andere Armee ist zu uns gestoßen. Rebellen plündern unsere Siedlung, Herr. Der Feind belagert eine unserer Burgen. Dieses Rebellenpack plündert uns aus. Majestät, unsere Gegner haben Verstärkung erhalten. Für die Krone, endlich zu Hause. Ein guter Plan, Majestät. Der feindliche Armeeführer ist in unserer Hand. Wir haben den gegnerischen König zur Aufgabe gezwungen. Er ist nun unser Gefangener. Uns hat eine diplomatische Botschaft erreicht. Eine neue Provinz hat euch ihre Loyalität ausgesprochen, Herr. Ich bin bereit. Wir werden in Keutz schwimmen. Mein Schwert gehört euch, Majestät. Eine Rebellenarmee hat sich gebildet. Eine gute Strategie. Eine feindliche Stadt ist ohne Verteidigung. Es wird Zeit, zuzuschlagen. Was ist euer Wunsch, wenn ihr drauf besteht? Bald sind wir da. Mein Herr, die Armee zieht weiter. Unsere Speer haben ein Söldnerlager entdeckt. Ich kann euch berichten, dass die Rebellen erledigt sind, Majestät. Wir haben die Eindringlinge vertrieben. Die Rebellen in unserem Land wurden besiegt, Herr. Die Meinung unseres Adels ist etwas schlechter. Wir haben eine diplomatische Botschaft erhalten. Ich werde diese Maden zermalmen. Wird gemacht. Kämpft um den Sieg. Mein Herr, unser Adel ist zufrieden mit uns. Majestät, eine Rebellenarmee wurde besiegt. Wir haben die Plünderer aus unserer Siedlung vertrieben. Feindliche Truppen haben sich dem Gegner angeschlossen. Majestät, der Dschihad ist vorbei. Weitere Truppen sind gekommen, um uns zu helfen. Für die Ehre! Angriff! Ja. Majestät, wir haben Söldnerlager in unseren Landen entdeckt. Der Feind hat unsere Siedlung geplündert. Kämpft um den Sieg! Die Bauern sind begeistert von unseren Taten, Majestät. Uns hat eine diplomatische Botschaft erreicht. Rebellen plündern unsere Siedlung, Herr. Der Feind brennt eine unserer Siedlungen nieder. Das wird sich als profitabel erweisen. Tötet sie alle! Wir haben eine diplomatische Botschaft erhalten. Unser Feind will ein Friedensabkommen, Herr. Das wird zwischen den pickerel entrarekt. Aber es werden nur auf der fillingstiftet, bis zum Ausdruck ich bes дост bin. lsoo Organer ist oder nicht gut so langsam, um kurz vor dem Weg zu sein. Hier war unsere Siedlung. Da Diese Hasenfüße laufen davon. Zurück zur Burg. Lasst uns die Vorräte auffüllen und ruhen. Die Armee zieht weiter. Eure Befehle? Meine Truppen warten. Diese Feiglinge fliehen vom Schlachtfeld. Bald sind wir da. Für die Krone. Unsere Armeen haben eine Provinz erobert. Eure Anweisungen sind mir Befehl. Der Feind plündert eine unserer Siedlungen. Feindliche Truppen fallen in unseren Landen ein, Herr. Was ist euer Wunsch? Mein Herr. Wie lautet euer Befehl? Eine gute Strategie. Meine Truppen warten. Ich habe eure Bitten erfüllt, Herr. Der Feind plündert eine unserer Siedlungen. Wird gemacht. Eure Befehle? Ja, mein Herr. Endlich zu Hause. Sofort. Sofort. Ich bin bereit. Ich gehorche. Wir schlagen innerhalb der Mauern unser Lager auf. Der Feind hat unsere Siedlung geplündert. Unser Diplomat hat unsere Beziehungen verbessert, Majestät. Eine unserer Siedlungen wird geplündert. Rebellen haben sich unsere Siedlung unter den Nagel gerissen. Ketzerei und Heidentum springen auf einen unserer Nachbarn über. Mein Schwert gehört euch, Majestät. Sollen wir los. Wir haben die Beziehung zu einem anderen Königreich verbessert. Mein Herr, ich werde diese Maden zermalmen. Nur Mut! Angriff! Die Ordnung in der Stadt ist wiederhergestellt, Majestät. Eine andere Armee ist zu uns gestoßen. Eine unserer Siedlungen wurde geplündert. Weitere Truppen sind gekommen, um uns zu helfen. Unser Feind will Frieden, Majestät. Eine gute Strategie. Die Welt steht euch zur Verfügung. Der Feind brennt eine unserer Siedlungen nieder. Diese Hasenfüße laufen davon. Der Feind hat unsere Siedlung geplündert. Wir sind unterwegs. Mehr Menschen folgen jetzt unserer Kultur, Herr. Für die Krone. Der Feind plündert eine unserer Siedlungen. Ja. Meine Truppen warten. Wie lautet euer Befehl? Eure Befehle. Gefangene sind aus unserem Verlies entkommen. Lasst uns die Vorräte auffüllen und ruhen. Mein Schwert gehört euch, Majestät. Los geht's. Wir sind unterwegs. Sollen wir los? Ja. Meine Truppen warten. Ich gehorche. Wie lautet euer Befehl? Bald sind wir da. Sollen wir los? Für die Krone. Feindliche Truppen haben unsere Grenzen überquert. Wenn ihr darauf besteht. Ich bin bereit. Für die Krone. Ich werde diese Magen zermalmen. Sofort. Majestät. Rebellen versuchen unsere Burg einzunehmen. Ketzerei und Heidentum breiten sich bei uns aus. Majestät, ein fremder Glaube breitet sich in einer unserer Provinzen aus. Eine andere Armee ist zu uns gestoßen. Kämpft um den Sieg! Vorwärts! Eine gute Strategie! Weitere Truppen sind gekommen, um uns zu helfen. Mein Herr, wir haben einen fremden Ritter ins Verlies geworfen. Eine unserer Siedlungen wurde geplündert. Endlich zu Hause! Herr, unsere Belagerung wurde gebrochen. Ja, lasst uns die Vorräte auffüllen und ruhen. Mein Schwert gehört euch, Majestät. Befestigt ein Lager vor Ihren Toren! Betrachtet es als erledigt, Majestät. Eure Befehle? Was ist euer Wunsch? Bereitet die Belagerungsausrüstung vor! Ein Söldnerlager wurde in unserem Land entdeckt. Für die Ehre! Angriff! Meine Truppen warten. Nur Mut! Angriff! Eine gute Strategie. Betrachtet es als erledigt, Majestät. Majestät, wir haben eine weitere Provinz erobert. Endlich mal wieder in einem Bett schlafen. Für die Krone. Das schaffe ich mit Leichtigkeit. Politische Übersicht. Wir haben die Eindringlinge vertrieben. Eine andere Armee ist zu uns gestoßen. Die Meinung unseres Adels hat sich verbessert. Die Rebellen in unserem Land wurden besiegt. Herr, wir haben eine Burg verloren. Die Stabilität ist in Teilen unserer Lande bedroht, Majestät. Uns hat eine diplomatische Botschaft erreicht. Sofort, sofort. Unser Diplomat hat unsere Beziehungen verbessert, Majestät. Die Welt steht euch zur Verfügung. Der Feind plündert eine unserer Siedlungen. Majestät, Muslime haben den Dschihad ausgerufen. Feindliche Truppen fallen in unseren Landen ein, Herr. Wir haben die Beziehung zu einem anderen Königreich verbessert. Dies sind die mächtigsten bekannten Nationen. Die Unruhen in einer unserer Provinzen sind vorbei. Wir werden in Gold schwimmen. Eine gute Strategie. Die Bevölkerung rebelliert. Weitere Truppen sind gekommen, um uns zu helfen. Wir werden in der Nähe von 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 der Nä Wir haben eine diplomatische Botschaft erhalten. Majestät, wir könnten eine feindliche Stadt angreifen. Rebellen plündern unsere Siedlung, Herr. Der Feind plündert eine unserer Siedlungen. Was ist euer Wunsch? Die Welt steht euch zur Verfügung. Eine Rebellion fremder Loyalisten bedroht unsere Provinzen. Eine Rebellenarmee belagert eine unserer Städte. Weitere fremde Loyalisten erheben sich. Unser Feind will ein Friedensabkommen, Herr. Majestät, wir haben Söldnerlager in unseren Landen entdeckt. Majestät, unsere Gegner haben Verstärkung erhalten. Unsere Armeen sind bereit, eine Stadt anzugreifen. Holt euch diese verdammte Burg! Unsere Armeen haben eine Provinz erobert. Der Feind wird stärker, Herr. Sofort! Mein Schwert gehört euch, Majestät. Endlich wieder warmes Essen! Politische Übersicht. Nichts! Über die Sch--" Wir haben nun was. Wir nannten Angst. Wir brauchen schon continuity, mit dem wir Leinstrument.. Ich verhelfe eurem Namen zu Ruhm, Herr. Eine unserer Siedlungen wurde geplündert. Eure Befehle werden genauestens ausgeführt. Rebellen haben sich unsere Siedlung unter den Nagel gerissen. Wir haben eine neue Provinz. Betrachtet es als erledigt, Majestät. Wir schlagen innerhalb der Mauern unser Lager auf. Unser Diplomat hat unsere Beziehungen verbessert, Majestät. Sofort! Sofort! Dieses Rebellenpakt plündert uns aus. Ketzerei und Heidentum springen auf einen unserer Nachbarn über. Ein fremdes Volk bereitet uns Probleme, Majestät. Wir waren siegreich, Majestät. Unser Feind will Frieden, Majestät. Eure Befehle. Hungern wir sie aus! Wie lautet euer Befehl? So leicht lässt sich das Volk nicht unterdrücken. Unser Marschall hat versagt. Fremde Loyalisten rebellieren. Die Meinung unseres Adels hat sich verschlechtert. Rebellen plündern unsere Siedlung, Herr. Betrachtet es als erledigt, Majestät. Kämpft mit Ehre! Dieses Rebellenpakt plündert uns aus. Eure Befehle? Majestät, einer unserer Gefangenen wurde aus seinem Königreich verbannt. Eine andere Armee ist zu uns gestoßen. Der Feind wird fallen, das schwöre ich. Die Ordnung in der Stadt ist wiederhergestellt, Majestät. Unsere Armeen waren in der Schlacht siegreich. Der Adel sieht uns in besserem Licht. Ich kann euch berichten, dass die Rebellen erledigt sind, Majestät. Wird gemacht! Ihre Mauern werden brechen! Der Feind hat unsere Siedlung geplündert. Für die Ehre! Angriff! Rebellen plündern unsere Siedlung, Herr. Erledigen wir sie endlich! Eine unserer Siedlungen wurde geplündert. Weitere Truppen sind gekommen, um uns zu helfen. Sofort! Betrachtet es als erledigt, Majestät. Eine feindliche Stadt ist ohne Verteidigung. Es wird Zeit, zuzuschlagen. Rebellen haben sich unsere Siedlung unter den Nagel gerissen. Unsere Armeen haben eine Provinz erobert. Unruhe macht sich in einer unserer Provinzen breit. Wie lautet euer Befehl? Weitere fremde Loyalisten erheben sich. Die Welt steht euch zur Verfügung. Der Feind flündert eine unserer Siedlungen. Unsere Speer haben ein Söldnerlager entdeckt. Meine Truppen warten. Nur Mut! Angriff! Majestät! Unsere Feinde haben einen neuen Verbündeten. Wir haben eine neue Provinz. Eine unserer Siedlungen wurde geplündert. Dieses Rebellenpakt plündert uns aus. Eine unserer Burgen wird belagert. Für die Krone! Rebellen plündern unsere Siedlung, Herr. Eine andere Armee ist zu uns gestoßen. Uns hat eine diplomatische Botschaft erreicht. Eine unserer Siedlungen wird geplündert. Feindliche Truppen haben sich dem Gegner angeschlossen. Unser Diplomat hat die Verbindung zu einem anderen Königreich gestärkt. Eine Rebellion fremder Loyalisten bedroht unsere Provinzen. Majestät, wir könnten eine feindliche Stadt angreifen. Rebellen haben sich unsere Siedlung unter den Nagel gerissen. Zu den Waffen! Eine Burg wird belagert. Die Unruhen in einer unserer Provinzen sind vorbei. Der Feind hat unsere Siedlung geplündert. Unser Diplomat hat unsere Beziehungen verbessert. Majestät, dieses Rebellenpakt plündert uns aus. Umzingelt diese Hunde! Rebellen plündern unsere Siedlung, Herr. Eine unserer Siedlungen wurde geplündert. Eine großartige königliche Hochzeit hat stattgefunden. Niemand durchdringt diese Mauern. Dieses Rebellenpakt plündert uns aus. Weitere Truppen sind gekommen, um uns zu helfen. Die Ordnung in der Stadt ist wiederhergestellt, Majestät. Man hat uns den Krieg erklärt, Majestät. Majestät, wir haben eine weitere Provinz erobert. Der Feind hat unsere Siedlung geplündert. Zurück zur Burg! Eine gute Strategie. Wir schlagen innerhalb der Mauern unser Lager auf. Eine unserer Siedlungen wurde geplündert. Majestät, unsere Gegner haben Verstärkung erhalten. Ich bin bereit. Der Feind wird stärker, Herr. Rebellen plündern unsere Siedlung, Herr. Ein fremdes Volk bereitet uns Probleme, Majestät. Eine unserer Burgen wird belagert. Sollen wir los? Wie lautet euer Befehl? Für die Ehre! Angriff! Eine andere Armee ist zu uns gestoßen. Vorwärts! Der Feind plündert eine unserer Siedlungen. Der Feind hat unsere Siedlung geplündert. Politische Übersicht. Rebellen haben sich unsere Siedlung unter den Nagel gerissen. Tötet sie alle! Eine unserer Siedlungen wurde geplündert. Vorwärts! Wir geben uns nicht! Haltet Stand! Weitere Truppen sind gekommen, um uns zu helfen. Dieses Rebellenpakt plündert uns aus. Rebellen plündern unsere Siedlung, Herr. Ich bin bereit. Sie rennen wie die Hasen. Ich gehorche. Der Feind hat unsere Siedlung geplündert. Rebellen belagern unsere Burg. Wir müssen uns beeilen. Die Unruhen in einer unserer Provinzen sind vorbei. Nicht mal ich kann das tun. Sofort. Betrachtet es als erledigt, Majestät. Sollen wir los? Wir haben einen fremden Ritter gefangen, Majestät. Eine unmögliche Mission. Eine gute Strategie. Was ist euer Wunsch? Endlich wieder warmes Essen. Eine unserer Siedlungen wurde geplündert. Feindliche Truppen haben unsere Grenzen überquert. Feindliche Truppen haben sich dem Gegner angeschlossen. Eine andere Armee ist zu uns gestoßen. Mein Schwert gehört euch, Majestät. Ja. Wenn ihr darauf besteht, endlich zu Hause. Unser Diplomat hat die Verbindung zu einem anderen Königreich gestärkt. Wir haben eine diplomatische Botschaft erhalten. Rebellen haben sich unsere Siedlung unter den Nagel gerissen. Rebellen plündern unsere Siedlung, Herr. Betrachtet es als erledigt, Majestät. Der Feind hat unsere Siedlung geplündert. Fremde Loyalisten rebellieren. Herr, wir haben feindliche Truppen in euren Landen gesichtet. Ketzerei und Heidentum springen auf einen unserer Nachbarn über. Ketzerei und Heidentum breiten sich bei uns aus. Eine der Provinzen hat eine fremde Religion angenommen. Wir haben die Eindringlinge vertrieben. Rebellen haben sich unsere Siedlung unter den Nagel gerissen. Mein Herr, unser Adel ist zufrieden mit uns. Die Rebellen in unserem Land wurden besiegt, Herr. Der Feind plündert eine unserer Siedlungen. Uns hat eine diplomatische Botschaft erreicht. Wir marschieren los. Los geht's. Die Armee zieht weiter. Nur Mut! Angriff! Wir sind unterwegs. Los geht's! Ich bin bereit. Wird gemacht. Wie ihr wünscht. Eine unserer Siedlungen wurde geplündert. Für die Ehre! Angriff! Die Meinung unserer Bauern hat sich verschlechtert. Der Feind hat unsere Siedlung geplündert. Eine gute Strategie. Wie lautet euer Befehl? Die Armee zieht weiter. Endlich mal wieder in einem Bett schlafen. Kämpft mit Ehre! Majestät, Rebellen versuchen unsere Burg einzunehmen. Dieses Rebellenpakt plündert uns aus. Feindliche Truppen haben unsere Grenzen überquert. Majestät, unsere Gegner haben Verstärkung erhalten. Weitere fremde Loyalisten erheben sich. Mein Herr, wir haben einen fremden Ritter ins Verlies geworfen. Wir waren siegreich, Majestät. Der Adel sieht uns in besserem Licht. Feindliche Truppen haben sich dem Gegner angeschlossen. Eine Rebellion fremder Loyalisten bedroht unsere Provinzen. Weitere Truppen sind gekommen, um uns zu helfen. Sofort! Eine gute Strategie. Wir haben eine diplomatische Botschaft erhalten. Fremde Loyalisten rebellieren. Ja, mein Herr. Wir schlagen innerhalb der Mauern unser Lager auf. Rebellen plündern unsere Siedlung, Herr. Eine fremde Armee hat den Feind abgelenkt, Herr. Unsere Burg ist sicher. Eine feindliche Stadt ist ohne Verteidigung. Es wird Zeit, zuzuschlagen. Der Feind plündert eine unserer Siedlungen. Rebellen haben sich unsere Siedlung unter den Nagel gerissen. Ich bin bereit. Was ist euer Wunsch? Die Königin hat einen gesunden Prinzen geboren. Wir marschieren los. Sollen wir los? Ich gehorche. Rebellen plündern unsere Siedlung, Herr. Wir geben nicht auf! Wir haben die Beziehung zu einem anderen Königreich verbessert. Dieses Rebellen-Pakt plündert uns aus. Ich kann euch berichten, dass die Rebellen erledigt sind, Majestät. Wir haben eine neue Provinz. Zu den Waffen. Eine Burg wird belagert. Majestät, unsere Gegner haben Verstärkung erhalten. Der Feind hat unsere Siedlung geplündert. Rebellen belagern unsere Burg. Wir müssen uns beeilen. Feindliche Truppen fallen in unseren Landen ein, Herr. Mein Herr. Wie ihr wünscht. Belagert diese Stadt! Wie lautet euer Befehl? Eine unserer Siedlungen wurde geplündert. Eure Befehle? Feindliche Truppen haben unsere Grenzen überquert. Eine andere Armee ist zu uns gestoßen. Rebellen plündern unsere Siedlung, Herr. Die Bevölkerung rebelliert. Majestät, mehrere Gefangene sind aus dem königlichen Kerker entkommen. Der Wind steht günstig heute. Versperrt die Burg! Los geht's. Wir gehen gleich an Land. Unsere Armeen waren in der Schlacht siegreich. Die Rebellen in unserem Land wurden besiegt, Herr. Wir haben eine Siedlung gegen den Feind verteidigt. Nur Mut! Angriff! Der Feind plündert eine unserer Siedlungen. Der Feind will unsere Belagerung brechen. Feindliche Truppen fallen in unseren Landen ein, Herr. Der Feind hat unsere Siedlung geplündert. Rebellen haben sich unsere Siedlung unter den Nagel gerissen. Rebellen belagern unsere Stadt, Herr. Der Feind plündert eine unserer Siedlungen. Majestät, wir haben unsere Kultur in eine neue Provinz getragen. Weitere Truppen sind gekommen, um uns zu helfen. Sofort! Unser Diplomat hat unsere Beziehungen verbessert, Majestät. Wir haben die Eindringlinge vertrieben. Herr, unsere Belagerung wurde gebrochen. Der Feind brennt eine unserer Siedlungen nieder. Majestät, eine Rebellenarmee wurde besiegt. Rebellen plündern unsere Siedlung, Herr. Uns hat eine diplomatische Botschaft erreicht. Einer unserer Burgen wird belagert. Mehr Menschen folgen jetzt unserer Kultur, Herr. Unsere Armeen haben eine Provinz erobert. Sofort! Mein Schwert gehört euch, Majestät. Endlich mal wieder in einem Bett schlafen. Eure Anweisungen sind mir Befehl. Majestät, unsere Bevölkerung wird aufrührerisch. Der Feind plündert eine unserer Siedlungen. Wir haben die Eindringlinge vertrieben. Die Rebellen in unserem Land wurden besiegt, Herr. Betrachtet es als erledigt, Majestät. Die Meinung unseres Kleros hat sich verbessert. Eine Rebellion fremder Loyalisten bedroht unsere Provinzen. Feindliche Truppen haben sich dem Gegner angeschlossen. Majestät, Rebellen versuchen, unsere Burg einzunehmen. Eine unserer Siedlungen wurde geplündert. Rebellen haben sich unsere Siedlung unter den Nagel gerissen. Der Feind hat unsere Siedlung geplündert. Für die Ehre! Angriff! Der Feind plündert eine unserer Siedlungen. Ich werde überall hinreisen, um euch Reichtum zu bringen, Herr. Majestät, unsere Gegner haben Verstärkung erhalten. Eine unserer Siedlungen wurde geplündert. Rebellen plündern unsere Siedlung, Herr. Die Ordnung in der Stadt ist wiederhergestellt, Majestät. Ich sterbe für mein Königreich. Aber das geht nicht. Feindliche Truppen haben unsere Grenzen überquert. Die feindlichen Truppen haben die Belagerung aufgegeben. Unsere Stadt ist sicher. Majestät, wir haben eine weitere Provinz erobert. Ein fremdes Volk bereitet uns Probleme, Majestät. Unser Marschall konnte nicht für Ordnung sorgen, Majestät. Mein Herr, unser Adel ist zufrieden mit uns. Majestät, eine Rebellenarmee wurde besiegt. Eine Rebellion fremder Loyalisten bedroht unsere Provinzen. Wir haben eine unserer Städte erfolgreich verteidigt. Wie ihr wünscht. Herr, wir haben feindliche Truppen in euren Landen gesichtet. Fremde Loyalisten rebellieren. Eine Rebellenarmee belagert eine unserer Städte. Majestät, unsere Feinde haben einen neuen Verbündeten. Wir müssten bald die Küste erreichen. Land in Sicht. Bald sind wir da. Wie ihr wünscht. Eine unserer Siedlungen wird geplündert. Nur Mut! Angriff! Feindliche Truppen haben unsere Grenzen überquert. Wir haben eine diplomatische Botschaft erhalten. Rebellen haben sich unsere Siedlung unter den Nagel gerissen. Die Königin hat einen gesunden Prinzen geboren. Der Feind brennt eine unserer Siedlungen nieder. Der Feind plündert eine unserer Siedlungen. Eine andere Armee ist zu uns gestoßen. Der Feind plündert eine unserer Siedlungen. Unser Diplomat hat die Verbindung zu einem anderen Königreich gestärkt. Dieses Rebellenpakt plündert uns aus. Der Adel sieht uns in besserem Licht. Ich kann euch berichten, dass die Rebellen erledigt sind. Majestät, Majestät. Wir haben die Belagerung unserer Stadt gebrochen. Eine unserer Siedlungen wurde geplündert. Zu den Waffen. Eine Burg wird belagert. Sofort. Sofort. Wir waren siegreich, Majestät. Die Meinung unseres Adels hat sich verbessert. Majestät, eine Rebellenarmee wurde besiegt. Rebellen haben sich unsere Siedlung unter den Nagel gerissen. Der Feind plündert eine unserer Siedlungen. Die Unruhen in einer unserer Provinzen sind vorbei. Ja. Lasst uns die Vorräte auffüllen und ruhen. Herr, wir haben feindliche Truppen in euren Landen gesichtet. Ich bin bereit. Unsere Armeen sind bereit, eine Stadt anzugreifen. Der Feind hat unsere Siedlung geplündert. Weitere fremde Loyalisten erheben sich. Eine unserer Siedlungen wird geplündert. Die Welt steht euch zur Verfügung. Ein fremdes Volk bereitet uns Probleme, Majestät. Rebellen plündern unsere Siedlung, Herr. Fremde Loyalisten rebellieren. Was ist euer Wunsch? Der Feind plündert eine unserer Siedlungen. Rebellen belagern unsere Stadt, Herr. Feindliche Truppen haben unsere Grenzen überquert. Eine unserer Siedlungen wurde geplündert. Sofort! Nicht mal ich kann das tun. Wir schlagen innerhalb der Mauern unser Lager auf. Der gegenwärtige Dschihad wurde beendet. Mein Schwert gehört euch, Majestät. Ich bin bereit. Rebellen haben sich unsere Siedlung unter den Nagel gerissen. Wie lautet euer Befehl? Der Feind hat unsere Siedlung geplündert. Rebellen plündern unsere Siedlung, Herr. Rebellen haben sich unsere Siedlung unter den Nagel gerissen. Eine Rebellion fremder Loyalisten bedroht unsere Provinzen. Mein Herr, unser Adel ist zufrieden mit uns. Eine Rebellenarmee belagert eine unserer Städte. Ich kann euch berichten, dass die Rebellen erledigt sind, Majestät. Unsere Armeen haben eine Provinz erobert. Feindliche Truppen haben sich dem Gegner angeschlossen. Weitere Truppen sind gekommen, um uns zu helfen. Der Feind brennt eine unserer Siedlungen nieder. Ich liebe das Meer. Endlich zu Hause. Ich bin bereit. Eine unserer Siedlungen wurde geplündert. Ein fremdes Kalifat hat den Dschihad ausgerufen. Der Feind plündert eine unserer Siedlungen. Feindliche Truppen haben eine unserer Burgen besetzt. Der Feind plündert eine unserer Siedlungen. Der Feind brennt eine unserer Siedlungen nieder. Eine gute Strategie. Majestät, unsere Gegner haben Verstärkung erhalten. Eine unserer Siedlungen wird geplündert. Rebellen plündern unsere Siedlungen, Herr. Unser Diplomat hat unsere Beziehungen verbessert, Majestät. Betraftet es als erledigt, Majestät. Der Feind plündert eine unserer Siedlungen. Majestät, wir könnten eine feindliche Stadt angreifen. Genug gewartet. Durchbrech die Mauern. Wir haben die Eindringlinge vertrieben. Der Adel sieht uns in besserem Licht. Die Rebellen in unserem Land wurden besiegt, Herr. Politische Übersicht. Der Feind hat unsere Siedlung geplündert. Unser Feind will ein Friedensabkommen, Herr. Der Feind plündert eine unserer Siedlungen. Feindliche Truppen fallen in unseren Landen ein, Herr. Ein fremdes Volk bereitet uns Probleme, Majestät. Dieses Rebellenpakt plündert uns aus. Weitere fremde Loyalisten erheben sich. Eine unserer Siedlungen wurde geplündert. Majestät, wir haben Söldnerlager in unseren Landen entdeckt. Eine unserer Siedlungen wird geplündert. Der Feind plündert eine unserer Siedlungen. Die Ordnung in der Stadt ist wiederhergestellt, Majestät. Rebellen plündern unsere Siedlung, Herr. Herr, dieses Rebellenpakt plündert uns aus. Rebellen haben sich unsere Siedlung unter den Nagel gerissen. Rebellen plündern unsere Siedlung, Herr. Wir haben die Beziehung zu einem anderen Königreich verbessert. Dieses Rebellenpakt plündert uns aus. Eine unserer Siedlungen wurde geplündert. Wir haben unsere Bauern verärgert, Majestät. Fremde Loyalisten rebellieren. Rebellische Diebe belagern uns. Feindliche Truppen haben unsere Grenzen überquert. Feindliche Truppen haben sich dem Gegner angeschlossen. Der Feind wird stärker, Herr. Der Feind hat unsere Siedlung geplündert. Rebellen plündern unsere Siedlung, Herr. Die Welt steht euch zur Verfügung. Der Feind plündert eine unserer Siedlungen. Majestät, wir haben eine weitere Provinz erobert. Weitere fremde Loyalisten erheben sich. Eine Rebellenarmee belagert eine unserer Städte. Der Feind plündert eine unserer Siedlungen. Der Feind brennt eine unserer Siedlungen nieder. Der Klerus rühmt unsere jüngsten Taten. Dieses Rebellenpackt plündert uns aus. Ich kann euch berichten, dass die Rebellen erledigt sind, Majestät. Wir haben eine unserer Städte erfolgreich verteidigt. Der Feind plündert eine unserer Siedlungen. Eine unserer Siedlungen wurde geplündert. Ein Söldnerlager wurde in unserem Land entdeckt. Der Feind plündert eine unserer Siedlungen. Majestät, eine Rebellenarmee wurde besiegt. Wir haben die Belagerung unserer Stadt gebrochen. Rebellen plündern unsere Siedlung, Herr. Rebellen haben sich unsere Siedlung unter den Nagel gerissen. Der Feind brennt eine unserer Siedlungen nieder. Eine unserer Siedlungen wurde geplündert. Majestät, unsere Gegner haben Verstärkung erhalten. Der Feind hat unsere Siedlung geplündert. Eine neue Provinz ist jetzt uns gegenüber loyal. Eine unserer Siedlungen wurde geplündert. Eine gute Strategie. Rebellen plündern unsere Siedlung, Herr. Politische Übersicht, Herr. Wir haben feindliche Truppen in euren Landen gesichtet. Der Feind hat unsere Siedlung geplündert. Rebellen haben sich unsere Siedlung unter den Nagel gerissen. Eine Rebellion fremder Loyalisten bedroht unsere Provinzen. Der Feind belagert eine unserer Städte. So leicht lässt sich das Volk nicht unterdrücken. Unser Marschall hat versagt. Eine unserer Burgen wird von Rebellen belagert. Eine neue Provinz hat euch ihre Loyalität ausgesprochen, Herr. Eine unserer Siedlungen wurde geplündert. Feindliche Truppen haben sich dem Gegner angeschlossen. Feindliche Truppen fallen in unseren Landen ein, Herr. Der Feind plündert eine unserer Siedlungen. Dieses Rebellenpack plündert uns aus. Eine andere Armee ist zu uns gestoßen. Der Feind plündert eine unserer Siedlungen. Tötet sie alle! Majestät, Rebellen versuchen unsere Burg einzunehmen. Wir haben die Einbringlinge vertrieben. Mein Herr, unser Adel ist zufrieden mit uns. Ich kann euch berichten, dass die Rebellen erledigt sind, Majestät. Wir haben die Plünderer aus unserer Siedlung vertrieben. Der Feind brennt eine unserer Siedlungen nieder. Wir haben eine feindliche Armee zermalmt. Eine unserer Siedlungen wird geplündert. Majestät, unsere Gegner haben Verstärkung erhalten. Majestät, eine Rebellenarmee wurde besiegt. Der Feind brennt eine unserer Siedlungen nieder. Weitere Truppen sind gekommen, um uns zu helfen. Rebellen plündern unsere Siedlung, Herr. Unser Feind will Frieden, Majestät. Der Feind hat unsere Siedlung geplündert. Wir haben einen Krieg gewonnen. Feindliche Truppen haben sich dem Gegner angeschlossen. Eine unserer Siedlungen wurde geplündert. Rebellen haben sich unsere Siedlung unter den Nagel gerissen. Rebellen plündern unsere Siedlung, Herr. Der Feind hat unsere Siedlung geplündert. Ja, mein Herr. Brecht Ihren Widerstand. Ich werde diese Maden zermalmen. Ein fremdes Volk bereitet uns Probleme, Majestät. Der Feind plündert eine unserer Siedlungen. Rebellische Diebe belagern uns. Rebellen haben sich unsere Siedlung unter den Nagel gerissen. Endlich mal wieder in einem Bett schlafen. Zu den Waffen. Eine Stadt wird belagert. Wird gemacht. Fremde Loyalisten rebellieren. Unser Diplomat hat die Verbindung zu einem anderen Königreich gestärkt. Wie ihr wünscht. Wir marschieren los. Nur Mut! Angriff! Eine unserer Siedlungen wird geplündert. Der Feind hat unsere Siedlung geplündert. Eine andere Armee ist zu uns gestoßen. Weitere fremde Loyalisten erheben sich. Ketzerei und Heidentum springen auf einen unserer Nachbarn über. Eine gute Strategie. Unsere Armeen waren in der Schlacht siegreich. Die Rebellen in unserem Land wurden besiegt. Herr, wir haben die feindlichen Eindringlinge vertrieben. Rebellen plündern unsere Siedlung, Herr. Der Feind plündert eine unserer Siedlungen. Dieses Rebellenpack plündert uns aus. Der Feind hat unsere Siedlung geplündert. Die Welt steht euch zur Verfügung. Wir haben eine feindliche Armee zermalmt. Majestät, eine Rebellenarmee wurde besiegt. Der gegnerische Armeeführer wurde getötet. Wir schlagen innerhalb der Mauern unser Lager auf. Rebellen plündern unsere Siedlung, Herr. Majestät, unsere Gegner haben Verstärkung erhalten. Ein guter Plan, Majestät. Sofort, sofort. Mein Schwert gehört euch, Majestät. Sofort. Eine unserer Siedlungen wurde geplündert. Die Rebellen in unserem Land wurden besiegt, Herr. Wir haben die Plünderer aus unserer Siedlung vertrieben. Wir haben die Eindringlinge vertrieben. Für die Krone. Für die Ehre. Angriff. Wir sind unterwegs. Kämpft um den Sieg. Bald sind wir da. Für die Ehre. Angriff. Der Feind plündert eine unserer Siedlungen. Land in Sicht. Eine unserer Siedlungen wurde geplündert. Wir müssen bald die Küste erreichen. Der Feind belagert eine unserer Burden. Der Feind plündert eine unserer Siedlungen. Rebellen haben sich unsere Siedlung unter den Nagel gerissen. Rebellen plündern unsere Siedlung, Herr. Wir haben die Eindringlinge vertrieben. Majestät, eine Rebellenarmee wurde besiegt. Die feindlichen Truppen haben sich aus unserer Stadt zurückgezogen und die Belagerung aufgegeben. Eine unserer Siedlungen wurde geplündert. Unser Feind will ein Friedensabkommen, Herr. Wir müssen uns um die Ausbildung unseres Prinzen kümmern. Die Meinung unseres Klerus hat etwas gelitten. Betrachtet es als erledigt, Majestät. Der Feind brennt eine unserer Siedlungen nieder. Wenn ihr darauf besteht... Der Feind plündert eine unserer Siedlungen. Unsere Wächter haben einen fremden Ritter gefangen genommen. Weitere Truppen sind gekommen, um uns zu helfen. Der Feind plündert eine unserer Siedlungen. Hungern wir sie aus! Rebellen haben sich unsere Siedlung unter den Nagel gerissen. Wir werden bald reich sein! Eine neue Provinz ist jetzt uns gegenüber loyal. Ja, wie lautet euer Befehl? Sofort! Eine Rebellion fremder Loyalisten bedroht unsere Provinzen. Majestät, der Dschihad ist vorbei. Der Feind hat unsere Siedlung geplündert. Eine feindliche Stadt ist ohne Verteidigung. Es wird Zeit zuzuschlagen. Erobern wir dieses verfluchte Stück Land! Die Bevölkerung rebelliert. Rebellen belagern unsere Stadt, Herr. Wie ihr wünscht. Endlich mal wieder in einem Bett schlafen. Majestät, wir haben Söldnerlager in unseren Landen entdeckt. Dieses Rebellenpakt plündert uns aus. Mein Herr, wie lautet euer Befehl? Los geht's! Die Königin hat einen gesunden Prinzen geboren. Majestät, Muslime haben den Dschihad ausgerufen. Feindliche Truppen haben sich dem Gegner angeschlossen. Der Feind plündert eine unserer Siedlungen. Herr, wir haben feindliche Truppen in euren Landen gesichtet. Sollen wir los! Rebellen plündern unsere Siedlung, Herr. Sofort! Sofort! Wie lautet euer Befehl? Kämpft um den Sieg! Rebellen belagern unsere Burg. Wir müssen uns beeilen. Rebellen haben sich unsere Siedlung unter den Nagel gerissen. Eine Rebellion fremder Loyalisten bedroht unsere Provinzen. Rebellische Diebe belagern uns. Eine unserer Siedlungen wurde geplündert. Fremde Loyalisten rebellieren. Der Feind hat unsere Siedlung geplündert. Wir haben die Beziehung zu einem anderen Königreich verbessert. Ja, mein Herr, wird gemacht. Ich werde diese Maden zermalmen! Meine Truppen warten. Kämpft um den Sieg! Der Feind plündert eine unserer Siedlungen. Rebellen plündern unsere Siedlung, Herr. Für die Krone! Eure Befehle! Unsere Armeen haben eine Provinz erobert. Bald sind wir da! Majestät! Unsere Feinde haben einen neuen Verbündeten. Eine unserer Siedlungen wird geplündert. Rebellen haben sich unsere Siedlung unter den Nagel gerissen. Weitere fremde Loyalisten erheben sich. Wir marschieren los! Wir haben eine diplomatische Botschaft erhalten. Rebellen belagern unsere Stadt, Herr. Rebellen plündern unsere Siedlung, Herr. Unsere Kultur verbreitet sich schnell, Majestät. Uns hat eine diplomatische Botschaft erreicht. Feindliche Truppen fallen in unseren Landen ein, Herr. Sofort! Eine gute Strategie. Der Feind will unsere Belagerung brechen. Sofort! Fremde Loyalisten rebellieren. Majestät! Unsere Gegner haben Verstärkung erhalten. Der Feind hat unsere Siedlung geplündert. Unser Diplomat hat die Verbindung zu einem anderen Königreich gestärkt. Mein Herr! Eine andere Armee ist zu uns gestoßen. Feindliche Truppen haben unsere Grenzen überquert. Der Feind plündert eine unserer Siedlungen. Die Rebellen in unserem Land wurden besiegt, Herr. Wir haben eine unserer Städte erfolgreich verteidigt. Majestät, wir haben unsere Kultur in eine neue Prozess.